so wir haben uns jetzt schon drei minuten zeit gelassen auch leute okay die kommen alle über rechts das ist wahr ich wusste okay okay weil ich wieder mit mir da oben ist einer das diese tank sind das primärziel ich würde die zonen hier einfach mal so abdecken warte mal woher wisst ihr das ist typisch ob die können gar nicht wissen wo ich bin aber die wissen wo ich bin richtig jetzt haben wir ein problem die hier ist das die 39.000 schaden 55 schuss per minute guck mal gerade ja ist das richtige das ist mir fast scheiß rot oha das sieht cool aus stabilität präzision kann doch nicht wahr sein ich treffe den doch du mich verarschen jetzt wieso stirbt er nicht er zieht immer ein bisschen weit nach rechts kann das sein warte mal ich versuche mal ein bisschen wir könnten einmal sagen okay wir bleiben bei sturmgewehr haben aber nur ein 30er magazin oder wir gehen auf emilys wächter obwohl die hier auch noch mehr der match machen die macht prozentual mehr der match hatten genauso großes magazin ich guck mal gerade wie die drauf ist die drauf ist es es Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die ist ein bisschen ungenau, finde ich. Finde ich persönlich. Deswegen nehmen wir hier lieber die Amelies Wächter. Also rot finde ich einfach schon geil. Okay, pass auf, wir gehen wieder hier hoch. Okay. 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 Oh god. schwere verwundung entdeckt ok Okay. Nehmt ihr sich selbst schauen, lieber? Okay, wir haben ein Problem. Die da hinten, da auskundig machen. Da war noch einer, oder? Ne, da war keiner mehr. Okay, gut. Okay, gut. lebensfunktionen kritisch tut's dir weh wir sind einer weniger einer weniger vielleicht auch eine du gender fetisch ist leute die die Das war's für heute. Ich erledige es mit einem Shot. Ich erzielt, Entschuldigung. Oh, nee, ey, Leute! Okay, alles klar. Gehen wir uns zuerst rum. Viel Spaß. Was ist denn jetzt? Wieso brenne ich? What the fuck? Oh, no. Genau. Genau jetzt. Das war's für heute. Okay, wir müssen jetzt echt aufpassen. Der gibt mir gut Rückendeckung, aber der ist hier etwas, etwas fehlern Platz. Böse Wunde, was? Nö, 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 keineswegs. Oh Gott, oh Gott, von wo, von wo, von wo? Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, geht Deckung! Kein Lebenszeichen bei Agent. Fuck! Die ganze Scheiße dürfen wir jetzt nochmal machen. Fuck! Die ganze Scheiße dürfen wir jetzt nochmal machen. Scheiße. Das Problem... Hä? Wo sind wir denn jetzt? Das Problem ist... Treibstofftanks zerstören, ja. Das ist erstmal unser Primärziel. Ach, quatsch. Ach, ich finde es doch eigentlich relativ eine gute Idee. Wir müssen jetzt sofort handeln. Pass auf. Äh, b-b-b-b-b-b-b-geschützt Drohne. Zack. Äh. Oh Gott. Komm mal nicht drum. Guck mal, das kann ich mit der Hand Feuerwaffe erledigen. Okay. Kannst dich darum kümmern? Die Drohne ist kaputt. Was ist mit dir? Ey, ist jetzt alles kaputt hier oder was? Was ist mit dir? 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 Wie geht? Was ist mit dir? Was ist mit dir? auch zum zweiten treibstofftank wir werden jetzt massiv in den arsch getreten kann ich mir vorstellen aber ist mir scheißegal eine drohne kümmert euch drum viel spaß kümmere ich drum ok zweiter treibstofftank ist zerstört das boot zerstören die zerstörte das erstmal müssen wir darauf kommen was denn jetzt warum brenn ich ja die habe ich gerade bekommen deswegen bin ich ja jetzt wieder hier einfach ein brenn ich denn kommen alle vom boot oh gott oh nein so nicht jungs ok kümmert euch drum viel spaß ich gehe rauf aufs boot ich weiß nicht kann man nicht rum da doch zugang zum motor erlangen ich 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 nicht nicht Die Drohne und die Dings sind schon echt geil. Also wirklich, ohne Witz. Das ist schon nicht schlecht. So. Weil die geben mir so krass Rückendeckung. Also wenn ich sie gut platziere. Wir rennen nochmal alles ab, nehmen nochmal alles mit und dann gehen wir rein. So, wie gesagt ist keine Neustartzone, also wir müssen ziemlich strategisch vorgehen. Deswegen bin ich jetzt hier alles nochmal abgegangen. Um mögliche Ressourcen zu sammeln, alles an Munition aufzustocken, weil das wird jetzt ein harter Kampf. Okay, von mir aus. Gut. Oh, ach so, Entschuldigung. Oh Gott. Ähm. Aber die Explosion schauen wir uns an. Das Kapitol ist unser letztes Ziel. Wir können es jetzt sichern. Legen wir los. Ohne ihre Anführerin und ihre Festung werden die Outcasts ein deutlich kleineres Problem sein. Was ihnen zugestoßen ist, vergrauenhaft. Aber was sie getan haben, war noch schlimmer. Ich hoffe, sie finden jetzt endlich ihren Frieden. Naja. Mitgenommen, Emil Lines Wächter. Ja, schon wieder. So. Wir sind wieder Level ab. Das ist schon krass, ne? Was ist das hier? Squirrel und Raccoon. Okay. Aber schade, dass es hier keine Wildtiere gibt, die einen angreifen können. Weil normalerweise, die Natur wird sich ja alles zurückholen. Ähm. Hier lang. Das wünsche ich jetzt aber wissen. Ich weiß, sie sollen nicht hier lang, aber ich will hier lang. Island Duellers. Birds. Okay. Na. Wir lassen die Natur hier mal in Ruhe. Agent fordert Verstärkung an. Ja, kommt drauf an, wo du bist. Ja, ne, da bin ich nicht. Ach, das ist Federal Challenge. Da komme ich gerade her. Was ist das hier? Oh, siehst du? Lohnt sich doch fast. Oh, hier ist ein abgestutztes Flugzeug. Ja, Mensch. Ach, hier sind wir wieder bei der Brücke. Ah, das ist klar. Wir sind einfach im Kreis gelaufen. Dann frage ich mich aber. Warum wir nicht gleich, also von der Logik her, nicht gleich hier rumgegangen sind. Und dann da hinten rein. Oder hier zwischendurch. Das ist typisch Ubisoft. Nichts macht hier Logik. Hä, warum soll ich jetzt hier lang? Hä? Hä? So, wir haben aufgeräumt. Sind nur einmal verreckt. Das ist gut. Und die Dingsanführungen haben wir auch erledigt. Danke, das nehme ich mit. Ja, alles überstanden. Oha, was ist jetzt da? Stützpunkt freigeschaltet. Das Kapitol. Das wohl letzte? Die wohl letzte Festung. Ich weiß nicht, ob wir damit dann fertig sind. Ähm. Shade. Okay. Projekte gibt es keine. Konflikte. In Federal Triad gibt es noch irgendwie eine Demo, oder was ist es? Irgendwo hier. Keine Ahnung. Ich habe gerade noch auf der Karte gesehen, dass da zwischen zwei Stützpunkten unter dem Haus. Zwischen zwei Stützpunkten unter dem Haus. Das hier, genau. Hier ist noch eine Kundgebung. Propagandasendung. Aber das wäre auch die letzte. Also die müssen wir auch nicht machen. Weil die spawnen ja immer wieder. Auf zum Kapitol. Die wohl letzte Folge. Oder? Wir haben Shade Tech, haben wir noch 13 Stück. Wir machen mal zum Weißen Haus auf. Das machen wir noch in dieser Folge. Was haben wir verdient? Gegner mit einer Pistole oder Waffe aus dem Pistolenplatz eliminieren. Okay. Das hole ich mir mal ab als Belohnung. Okay. 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 Eliminen sie in dem Ach so, das seht ihr gerade gar nicht. Nö. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Das hier. Los gesagt. Es ist alles Dark Zone. Zehn Gegner mit einer individuellen THC 50. Die haben wir aber nicht. Das Präzisionsschützen. THC 50. Haben wir alle nicht. Ich würde gerne wissen, wo wir die THC 50 ja bekommen. Explosive Armbrust des Überlebungsexperten. Okay. Granatwerfer. Ach du Scheiße. 250 Leute. Minigran. Okay. Das kriegen wir auch nicht wirklich hin. Irgendein Werfer. Gewinnen sie Konfliktmatch. Gewinnen sie 10 Konfliktmatches. Fertigen sie eine exotische Waffe oder eine exotische Sorge. Das könnten wir vielleicht noch machen. Kapitolunterstützung. Schließen sie den Einsatz Kapitol ab und rüsten sie eine Spezialisierung aus oder ändern sie eine. Okay. Ansonsten haben wir alles erledigt. Das ist wie gesagt alles Dark Zone hier. 13 von 36. Gut. Dann gehe ich mal wieder rüber auf die 5. Ach ja. So. Wir sind hier. Hi. Oh, Tag auch. Hi. Wir haben ja alles an Vorteilen. Ja. Ja. Wir haben auch alle Mitarbeiter. Wir haben aber nicht alle Fertigkeiten. Das ist auch nicht so schlimm. Wieso steht hier eigentlich eine weiße 3 und hier 3 von 3. Verstehe wer will. So, Glühwürmchen. Dann schalten wir diese Fähigkeit frei. Zerstörer Variante. Und bei der Suchermine machen wir noch einen Sprengsatz. Bringt zwar alles nichts, aber was soll's. Wir bräuchten jetzt theoretisch noch 1, 2, 3, 1, 2, äh, 12. 12 SHD-Tech bräuchten wir noch. Und die zu kriegen, das wird... Tschüss. Tschüss. Ähm, das wird interessant. So. Wir haben jetzt verschiedene Waffen. Wir haben auch noch einmal Emilies Wächter bekommen. Stufe 28. Das brauchen wir nicht. Okay. Ähm. Was würde ich hier gerne auf Favorit setzen? Das hier. Favorit. Das hier. Favorit. Damit wir sie gar nicht verkaufen. Weil die sind gut. Die sind verdammt gut. Wir haben jetzt gerade noch Sturmgewehr gehabt. Warte mal. Das hier. 21er Magazin. Okay, das können wir mal wegschmeißen. Okay. Hier hat man Theorie... Aber da wird's ordentlich runtergehen. Das möchte ich nicht. Wir haben noch einen Aufsatz für die Drohne. Okay, warte mal. Ähm, dann haben wir noch einen Behälter. Okay, SRSS haben wir bekommen. Ähm. Und einen weiteren Handschuh. Ja, ne. Die haben schon eine Maske. Entschuldigung. Ja, hier wird's ordentlich runtergehen. Das möchte ich aktuell nicht. Ähm. Was haben wir für eine neue... SRS 1. Okay. 33.000. Das ist genauso wie das hier. Ne, das macht mehr Schaden. Hat weniger Magazin. Ja, ist die Frage, ne. Was nimmt man da? Was behält man da? Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig. So. Bekleidung. Da können wir nochmal einen Behälter. Cool. Das bringt uns aber nichts, oder? Ah, wow. Endlich mal eine neue Maske. Ähm. So, dann haben wir alle rot. Inventar. So. Weiß ich noch nicht. Die hier sieht schön aus, aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Dann gibt's Protokollkritik. Freiheitspaket. Extra Bomben. Bomben haben wir ja nicht, oder brauchen wir nicht. Das kannst du alles haben. Ich bin richtig... Ich hab 40.000 Cash. Kann man hier nicht irgendwie alles verkaufen, oder so? Du musst wirklich jede einzelne Waffe, ja. Wir sind richtig reich, wir wollen hier. 45.000 Spuren. Also, ich denke mal, auf 50.000 kommen wir hoch. Na, 50.000 nicht ganz, okay. Ähm. Wir haben hier noch verschiedenste Zusatzprotokolle. Suche ich schon eine Weile. Mit dem Ergebnis, wenn ich zufrieden bin. Das ist super. Ähm. Okay. Was können wir hier anlegen? Ähm. Stufe 28. Widerstand gegen irgendwas. Fahrplatz. Okay, was haben wir hier? Okay, was haben wir hier? Da haben wir den hier, Stufe 30, Fertigkeiten-Tempo, plus 3%, super. Halt, warte. Ob das Aussehen noch? Immer schön klein gehalten, ne? So. Hier nehmen wir jetzt, äh, Stufe 30. Achso, warte mal. Stufe 30. Bei Stufe 22 brauchen wir damit nicht. Oh, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Ähm. Es muss nicht cool aussehen. Es muss nicht cool aussehen. Ach, komm, sei ruhig. Genau, die sahen auch cool aus. Obwohl hier es auch noch andere gibt, die auch noch cool aussehen an sich. Aber das gefällt mir. Rot ist immer so ein bisschen, ähm, Quatsch, das hier. Fahrplatz und das. Das sieht typisch military aus. Fahrplatz haben wir nicht. Okay. Ähm. Hierfür, wie sieht's aus? Stufe 28 haben wir. Hier können wir noch tödliche Ballästik. Okay, krass. Und hierfür? Können wir nichts. Können wir nichts. Können wir nichts. Dat, dat. Okay, das heißt, das Bild gibt noch ein paar, die übrig sind. Guten Tag. Die wir verkaufen können. Zum Beispiel extra RAM. Keine Ahnung. Und das hier. Weil da haben wir jetzt das Bessere gefunden. Der Rest den auch nicht. Tschüss. Da haben wir beide was von. Ja, ich weiß. So. 50.000 nicht ganz bekommen. Ist aber auch nicht so schlimm. So. Eins mach ich noch. Optimierung. Sturmgewehre. Die Stufe des Objekts ist zu gering. Ich versteh's nicht. 30 ist das maximalste, was geht. Das maximalste. Ich, ich, ich. Hab absolut kein Plan. Hi. Du hast nichts. Tschüss. Ciao. Ja, wir können jetzt die bauen. Ganz ehrlich, das bringt auch nichts. Das bringt auch nichts. Das ist alles neue Waffentypen. Ja, das ist schön. Das ist aber, das ist alles blau. Mit blauen Waffen können wir nichts anfangen. What? Exotisch? Was ist das denn hier bitte dann? Wenn das hier exotisch ist. What the fuck? Ich hab mir nur exotische Waffen so gesehen. Heilige Schatz, wenn ich das Scharfschützengewehr hier schon sehe. Aber wo krieg ich die Blaupausen dafür her? Verstehe, wer will. Wir brauchen, wie gesagt, immer noch Schutzstoff. Und ich guck mal jetzt in der Pause, die ich jetzt zwischen den Folgen habe, wo zum Teufel wir den herbekommen. Wir haben genug Credits. Die Komponenten, Verschlussgehäusekomponenten, das sind auch nicht gerade viel. Und Schutzstoff, 3 von 75. Also irgendwo müssen wir die hierherbekommen. Und da würde ich gerne wissen, wo. Das google ich, weil ich habe ja in der ganzen Laufzeit, jetzt in den 60 Folgen, habe ich ja nur drei anscheinend gefunden. Wo auch immer ich die gefunden habe. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Er cheated. Oh mein Gott. Das ist nicht cheaten. Ich verschaffe mir keinen Vorteil. Ich bin ja sowieso schon sehr gut. Ach Leute.